Bildung heißt für mich, junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten und dazu beizutragen, dass sie auch zu sich selbst finden können. Lehrer sind, ganz wichtige Menschen, sind die Expertin und Experten für das Lernen, sind auch Vertrauenspersonen für Schülerinnen und Schüler und es ist ein wunderbarer Beruf. Die nächste Frage wird Ihnen gefallen. Wenn ich Bildungspolitikerin wäre, was würde ich als erstes tun? Weiter an der Frage der Bildungsgerechtigkeit arbeiten, weil bei allen positiven Veränderungen das ein Problem bleibt, dass nicht alle Kinder gleiche Chancen haben, da müssen wir dranbleiben. Gute Erzieherinnen sollten? Natürlich einen Draht zu Kindern haben, gerne mit Kindern arbeiten und die verantwortungsvolle Aufgabe von Bildung, Erziehung und Betreuung wahrnehmen zu können. Und auf die Didakta komme ich, weil? Weil hier alles rund um Bildung zu sehen und zu haben ist. Ich danke Ihnen herzlich.